Willkommen zurück meine Lieben, hier ist wieder euer M3D bei 7 days to die und ich will jetzt mal diese Axte reparieren, Steine, Kraft, auch wieder randvoll, nice, makelos und auch makelos, richtig geil, okay wir kriegen Besuch, das ist nicht so geil, da verschwinde ich mal lieber wieder in der Versenkung, was ist das denn für ein Geräusch gerade gewesen ey? Ich bin ja gerade voll komisch, so, oh ich kann kein Holz mehr aufheben, da hier, Holzbretter weg, nein, oh Gott, Hilfe, 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 war das gerade spannend, oje, 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 na gut, sicher ist es hier auf jeden Fall schon mal nicht, das ist doof irgendwie. Wir gehen jetzt erstmal wieder zu unserer Bude zurück, wenn ich überhaupt weiß, wo die ist, naja, warte mal, hier können wir nochmal ein bisschen Holz mitnehmen, wie viel gibt das? Oh, drei Stück, so ein kleines schmales Hölzchen, das ist schon gut auf jeden Fall, was gibt dann hier so ein großer? Ich stehe mal jetzt auf sechs Holz ungefähr, top, die Wette gilt und, oh, sechs Holz, cool, okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, kann man hier auch so, ach nee, das ist Holz, ach cool, opala, opala, aus Versehen kaputt gemacht, Und hier gibt es einen Keller, ah, wie wir ja wissen, ist ein Keller meistens ein gutes Zeichen, außer mal das ist eine Krankenschwester. Ja, komm, lass dich looten, verdammt. Oh, Mist, 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 das hat sich ja irgendwie nicht gelohnt. So, wo ist unsere Bude, wo ist unsere Bude, 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 da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, ich glaube, die war es, oder? Keine Ahnung, ob es hier ist, aber ist ja auch egal. Oh Gott, spar dir mal deine Ausdauer, du Arsch. Lauf, 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 lauf. Und wir haben ein Auto vor der Tür, das ist doch schon mal gut. Wir müssen, glaube ich, eh durch den Hintereingang rein. Leider. Blöde Kuh, blöde Kuh. Sehr schön, sehr schön. Alter, wie viele. Aber wir müssen auch mal langsam anfangen, wirklich die zu vernichten hier. Gerade, damit wir hier mal weniger Probleme kriegen. So, was hat der dabei? Nichts, was hast du dabei? Naja, Fehler. Huuu, hab ich mich gerade erschreckt, Alter, 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 Alter. Scheiße. Huuu, uns geht es auch alles andere als gut momentan, ne? Scheiße. Was ist denn nun los mit den Idioten? Uah. So, Abgang, Abgang, Abgang. Ab nach oben. Alter. Das ist ja jetzt nicht schön, ne? So, Hunted. Die wissen also, wo wir sind. Das ist ziemlich ungeil. Und wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen, uns zu sichern. Also diese Basis ein bisschen sicherer zu machen. So, so. Undetected. Also kommt hier schon mal keiner mehr hoch, schätze ich mal. Das heißt, was wir mal versuchen müssten, ist, ähm, Holz herzustellen. So, also, jawohl. Steinachst. Was können wir denn machen? Eine Donnerbüchse. Was ist das denn? Hab ich auch noch nie gesehen. Oh, man kann jetzt mehrere Pfeile herstellen. Geil. Holz, Brett, Baumwollsaat. Ja, okay, okay, okay. Ja, genau. So kann man Stoff herstellen. Na gut. Oho. Biosprit. Altes Bett. Kann man darin jetzt eigentlich schlafen? Ich glaub netter. So, damit fangen wir mal an. Na komm. Das ist noch runter in die Leiste geklatscht. Alter. Ich weiß, dass es jetzt hier ziemlich provisorisch ist. Noch nicht mal annähernd sicher. Aber naja. Es ist auf jeden Fall schon mal etwas, ne? So, wir haben noch ein Repair-Tool. Dann nutzt mir das mal. So, schön verbessert. Soll ja auch sicher sein, ne? So ist es ja jetzt nicht. Jetzt können wir nochmal wieder hochgehen. Eine Holztür auf jeden Fall mal machen. Zack, 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 zack. Das bringt zwar leider auch nicht viel, aber wenigstens bringt es etwas. Okay. Und diese Holzrahmen sind ja entscheidend, dass wir mal ein bisschen was bauen können. Im besten Falle so eine Mauer oder irgendwas in der Art. Machen wir es mal hier so hin. Okay, 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 also Holzrahmen. Wie mache ich alle? So mache ich alle. Sehr schön. 22 Stück, Alter, schon übelst mager irgendwie. Wir brauchen Essen, 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 Essen. Was war das? Ich bin der im Magen verdorben, oder was? Ja, das geht ja gar nicht hier. So, okay. Muss man erst mal hoffen, dass es jetzt hier sicher wird. Ich glaube, hier unten ist alles randvoll, ja? Aha. Guck mal hier, die versuchen schon hochzukommen, die Schweine. Nö, nö. Bleib mal schön unten, fetti. Fetti McDonald's. Siebi. Das ist irgendwie wie Ping-Pong. Ping. Sneak Damage mal 2, okay. Vorteilhaft, ne? Wenn man jetzt hier doppelten Schaden macht. Bam, bitches. Ihr habt noch keine Chance. Bam. Na, komm, auf. Alle schön, einer nach dem anderen. Ich klatsche euch alle weg. Alle. Auch wenn mein Ausdauer gerade in den Keller geht. Alter, ich liebe diese KI, ne? Au, Hilfe. Alter. Wieso verringert? Was ist denn los bei euch? Ich bin Level 5, weißt du? Meine Ausdauer verringert sich. Fies. Alter. Nimmt es heute auch nochmal ein Ende oder so? Ja, langsam, aber sicher. Zwei leben noch, ne? Alter, brutal. Ich komme hier nie wieder runter, irgendwie. Ich glaube, ich habe mich jetzt richtig die Scheiße reingeritten, wenn man das so sagen darf. Geh runter, blöde Kuh. Geh runter. Alter, shit. Irgendwie ist es jetzt sehr von Nachteil, weil ich habe ja jetzt auch schon ein übeles Leben verloren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lebt der Typ da unten noch oder ist der Tod? Hallo? Leben sie? Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Wenn ich die Sache richtig beobachtet habe, dann brauchen wir jetzt erstmal... Leben, 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 leben. Geben diese Dinge überhaupt Leben zurück? Schmerzmittel, du hast Schmerzmittel zu dir genommen. Keine Ahnung, was sie machen. Wir nehmen sie jetzt auf jeden Fall mal. Zack. Ich hoffe, sie bringen Leben zurück. Also, naja. Jawohl, komm, Fettsack. Beende, was du angefangen hast. Nein, nein, geh runter. Nein, nein. Nein, nein, geh runter und bleib unten, verdammte Sau. Hilfe. Alter, ich hasse diesen Fettsack hier. Hör auf, so rumzuspacken, Mann. Ist der tot? Vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Wir haben 14.07 Uhr und es sieht sehr beschissen aus, Freunde. Wir werden so wohl kaum überleben. Warte mal, kann ich mir irgendwie so einen Schlafsack machen? Wenn ich sterbe, dass ich wenigstens wieder hier hinkomme. Das ist doch wenigstens etwas. Eine Axt könnte man sich machen, das ist ja klar. Eine Donnerbüchse würde ich auch mal herstellen, ne? Einfache Bandagen. Gut, das wissen wir ja, wie die gehen. Bla, bla, blie, blub. Heuballen. Okay. Ja, aber wo steht denn jetzt dieses verdammte Bett, verdammt? Schlafsack, Schlafsack. Oder brauche ich dafür sechs von diesen Dingern? Hier, Schlafsack. Ja, Mist. Aber wartet mal, ich habe doch dieses Weiße. Natürlich, ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem, Mensch. So. Sehr schön. Dann kann ich jetzt noch den Schlafsack herstellen. Zack, zack, zack. Ja, komm. Sehr geil. Okay. Schlafen können wir wenigstens auch schon mal. Das ist gut. Am besten hier im Schatten. So. Na gut, na gut, na gut. Das haben wir auch schon mal vorbereitet. Ach ja, was wir auch noch machen wollten, waren ja Dings, ähm, ein paar Kisten. Die gehen, glaube ich, so. Ne. Was ich nie weiß, wie Kisten gehen, ey. Ist ja furchtbar mit mir. So gehen Kisten, genau. Zwei Stück reichen ja erstmal. Und ab geht's. Wo legen wir sie hin? Wir legen... Ja, wir legen sie jetzt einfach hier hin. Scheißegal. So. Leider kann man halt alles jetzt einfach mal so schnell da hoch tun, also... Nehmen wir mal mit. Dose machen wir noch zu Kleinmetall. Wasser machen wir hier in den Gläser rein. Töpfe. Bier machen wir auch mal rein. Munition machen wir vor allem rein, weil Munition jetzt so mitschleppen wäre ja wohl überhaupt nicht klug. Genau, so. Genau, so. Okay, wir haben noch zwei Mais, Alter. Ah, warte, das können wir auch noch zerstören. Das können wir zerstören. Das behalten wir mal drin, ne? Man weiß ja nie, was wir daraus noch basteln können. Vitamine rein. Okay, wir können uns noch ein paar Eier anbraten, aber das ist auch jetzt nicht so viel. Kleiner Mut. Ah, wir behalten es mal drin, wir gucken mal, was wir damit vielleicht machen können. Wer weiß, wer weiß, ne? Oh, warte mal, die Munition machen wir auch noch grad weg. Wo wir grad dabei sind. So, sehr schön. Also. Also, also, also. Donnerbüchse. Wie geht denn die? Wo auch immer die grad standen, ne? Was können wir hier machen? Altes Holz, okay. Ja, brauchen wir aber nicht. Wir brauchen was anderes. Irgendwie habe ich jetzt ein paar Sachen weggetan, die wir für die Donnerbüchse gebraucht hätten. Oder? Ja, irgendwie schon. Hä? Was würde man denn dafür brauchen? Gute Frage, gute Frage. Ja, ne, hier steht es doch. So, Holz. In zwei von diesen Dingern hier. Dann hätten wir eine Donnerbüchse. In einem beschädigten Zustand. Was ist denn die Munition von dem Ding? Ach so, Schießpulver, hm? Haben wir Schießpulver? Nee, haben wir nicht. Dann hat mir die Donnerbüchse auf jeden Fall viel gebracht. Sehr viel sogar. Scheiße. Naja gut. Naja gut, naja gut, naja gut, naja gut. Lass uns auch Metallschrott machen. Pfeile. Kann man sich jetzt einen Bogen machen, oder was? Bogen, 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 Bogen. Holzbogen. Tatsache, man kann sich einen Bogen machen. Also hat man das schon mal erlebt. Das ist ja richtig geil. Dann machen wir uns mal einen Bogen jetzt. So, wir probieren gerade mal ein paar Dinger einfach aus. Ist doch auch mal spannend. So. Also vor allem für mich ist es momentan spannend, weil ich habe das noch nie gemacht hier irgendwie. Holzbogen. Ist gelb. Ich dachte, das ist gerade so legendär, aber okay. War wohl zu viel erhofft. Hier Federn haben wir richtig viele. Steine haben wir leider nur zwei. Hoppala. Ach, zehn Pfeile ist gut. Bin ich mit einverstanden. Alter, jetzt bin ich gespannt, ne. Geil, geil. Gleich mal testen, das scheiß Ding. Kommt mal her, meine Freunde. Sack. Wäh. Naja, ich bin gerade doch ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst, ey. Genau, komm mal hoch. Und treffe ich, treffe ich. Nein, ja, vielleicht. Alter, ich habe durch die durchgeschossen, kann das sein. Und treffe ich, treffe ich, treffe ich, treffe ich. Ja. Oh, ach du Scheiße. Alter. Ist schon gerade schwer zu ziehen für mich, finde ich. Moment. Ach Gott, hör doch auf, ey. Na komm, jetzt aber. Jawohl, jawohl, jawohl. Also, es wirkt gut, als hätte ich nicht gedacht, ne. Nein. Höh, du lebst noch? Habe ich wohl schlecht getroffen, meine Freunde. Naja. Neue Federn ist gut. Ihr könnt mal ein paar Steine hochschleppen, das wird auch schon mehr von Vorteil. Aber man kann auch so zufrieden sein. Okay, das kann mir vielleicht, das hätte ich gar nicht aufheben brauchen. Egal, ich habe es aufgehoben. So ist es halt, ne. Uah, haha. Geh weg von mir, du blöde Kuh. Geh weg, geh weg, geh weg. Alter, ich glaube, die haben das halbe Haus belagert, ne. Wenn jetzt sogar das Ganze. Ja, irgendwie. Mach ich mir da ein bisschen Sorgen. Das steht, glaube ich, nur die Blutung, aber das heilt gar nicht, kann das sein. Eisenverstärkter Knüppel. Könnte man das auch mal herstellen? Wir stellen uns einfach mal tausend Sachen her und hoffen einfach, das Beste aus der ganzen Geschichte rauszuholen. So. Naja. Beschädigt. Gut war das Ding also auch nicht, schade. Okay, meine Freunde. Da habe ich schon wieder die Zeit überzogen vom Allerfeinsten. Gar nicht gemerkt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.